Es hat sich jetzt auch nicht geändert und ich gehe mal davon aus, dass wir Samstag jetzt taktisch vielleicht nicht die größte Glanzleistung hinliefern, aber auf jeden Fall auch nicht rumlaufen wie ein Hühnerhaufen, sondern ein ganz gut geschultes taktisches Personal auf dem Acker haben werden, die das Spiel aber auch auf emotionaler Seite gewinnen müssen und nicht nur taktisch.